Achtung, feindliche Vorräte unterwegs! Moin Leute! Wie geht's euch? Ja, mein Name ist Vito Gringscom auf der Playstation 3, da seht ihr mich nochmal. Und ich präsentiere euch mal wieder ein kleines Commentary. Ihr wisst ja, dass ich nur noch jeden zweiten Tag ein Video hochlade. Ich bin auf jeden Fall heute mal Sprengkommando auf der Map Slums. Es ist jetzt die zweite Runde und da haben wir schon den Floris. Genau, guckt euch das mal an, ja. Ist das nicht ein Schöner Nackes? Sag mal was dazu, das ist doch mal schön. Boah, wunderbar. So eine Killcam zu machen, das wünsche ich mir auch. Vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Runde. Ich habe dieses Video für euch vorbereitet, weil ich über die YouTube-Partnerschaft sprechen möchte. Ja, ich habe ein Angebot bekommen auf YouTube, dass ich die Partnerschaft machen soll. Jetzt gehen wir erst noch in die nächste Lobby. YouTube hat mir geschrieben, besser gesagt nicht YouTube, sondern ein Netzwerk davon, dass ich doch eine Partnerschaft bei ihnen machen soll. Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich will keine Partnerschaft bei euch machen, weil die haben mir auch Geld angeboten. Aber ich denke einfach, es ist der beste Schritt, wenn ich sage, nein, ich verzichte auf das Geld und sage, ja, ich verzichte auch auf die Werbung, weil klar, man kann, wenn man ein YouTube-Partner ist, sehr viel Geld verdienen oder ein bisschen Geld verdienen. Aber ich habe mir einfach gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich will kein Geld verdienen damit. Ich bin ganz zufrieden damit und ich möchte kein Eigentum von irgendwelchem Partner sein oder irgendwas an. So, ja, kenn dich von EGSI-Warn, nimm bitte an, Match-Einladung. Auch ein paar Anfragen habe ich hier bekommen, aber ich glaube, ich kann nicht alle annehmen. Gehen wir einfach mal auf Pixler LP und nehmen den mal an. Hab dich gerade bei YouTube dich zocken sehen, dann nehmen wir dich mal schnell an. Mal gucken, ob er jetzt gleich online ist, aber das ist egal. Wir spielen heute mal mit der Typ 25, der B2-3R, wunderbare Kugelsiere, kaltblödig, Taktikmaske, Granate und Handgranate M2. Oh, dann, da schwärmen ja schon die Call of Duty-Fans von euch, oder? Oh, da kriegen natürlich schon die Leute einen Halbsteifen, wenn sie das alles hören. Oh, Typ 25, oh, B2-3R, Acerpac, eh, tot. So, ja, so, also ich bin ja, ich bin ja eigentlich nicht der beste Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja jede Woche offline, das bedeutet, dass ich natürlich überhaupt keine Talente mehr entwickle für das Spiel, aber ich habe immer noch die gute alte Taktik, die ich nutze. Ja, ja, oh, Gottes Willen, da ist der Blöd, ich, ich habe mich erst versteckt, ihr habt ja gesehen. Ich dachte, der kommt jetzt gleich hervor und dann kann ich ihn abknallen, aber nö, so leicht ist das auch nicht. Mann, oh Mann, fast 200 Abonnenten, Leute, ich kann es einfach noch nicht glauben. Ihr wisst ja, dass ich ab sofort weniger Relives-Videos bringen werde und ab sofort nur noch jeden zweiten Tag ein Video hochladen werde. Das ist, denke ich, auch mal besser von der Zeit her einfach. Da komme ich einfach ein bisschen mehr klar, weißt du, weil ich fühle mich zur Zeit nicht so gerade prickelig. Und andere Kommentatoren machen das auch. Gila Junge 94, Play das HD. Gut, es gibt natürlich andere, die laden viel mehr hoch. Da gibt es Kronkh, SaratsALP, drei bis vier Videos laden die hoch. Es gibt sogar YouTuber, die laden wirklich jede zwei Stunden ein Video hoch. Da haben wir zum Beispiel das Mentionemmer, Mentionemmer-Netzwerk oder zum Beispiel G-Media-Chaos. Das sind auch sehr bekannte Menschen, die auch sehr viel hochladen. Oh, gut, mit meiner KD hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich schon so viele abknalle. Das muss ich natürlich auch nochmal sagen. Wer mich abonniert hat, der muss natürlich wissen, dass ich jetzt hier kein Face-Temper bin. Das ist, denke ich, bei den meisten klar. So, Leute, Leute, Leute. Es sind bei mir gerade null Leute online. Nein, einer ist online. Und zwar der Luca 07-Tap. Anyone has PS3-Eye. So. Hab noch keinen goldenen Landtag drin. Ihr seht es schon. Moin. Ach, hier lieber das Moin einfach. Das ist für mich einfach lebenslos. Moin, das bedeutet für mich einfach schon, der Tag ist gut. Da kann nicht besser gehen. So, la, la, la. Jetzt machen wir mal die Dö- Oh, jetzt wollte ich gerade die Dönerladentaktik machen. Ich habe nur mal irgendwo ein Alberto-Video gesehen. Hey, Dönerladentaktik. Ich stelle mir die immer so vor. Wobei das Fleisch schon sehr pixellig aussieht. Dönerladentaktik geht so. Einmal, zweimal. Das Dönerfleisch fliegt rum. Der Gegner sieht das Dönerfleisch. Oh, nein. Er hat es nicht aufgehoben. Na klar, bei dem Boden würde ich das Dönerfleisch auch nicht essen. Hehe. So. Was steht da oben eigentlich hier? Ach, wir müssen also nach links, heißt das. Äh, la, 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 la. Ja, ich liebe das. Aller die Kills, Aller Black Ops 2, Digga. Beste Spiel, Alter. Auf der Playstation 3, Digga. Boah. Sprengkummer. Nur wie lange dauert das? Gibt es auch eine Zeit? Ach so. Wir müssen uns das mal einnehmen. Da müssen wir jetzt mal so B-Rennen. Digga, jetzt machen wir mal ein bisschen Action. Ich habe mir eigentlich versprochen, dass ich nicht mehr so viel Digga sage. Tut mir auch noch mal leid dafür. So. Ich darf nur 6 Minuten aufnehmen. Sonst habe ich Probleme mit dem Upload. Also bitte warten mich davor, wenn 6 Minuten erreicht sind. Guckt schon mal nach unten. Wählt das ich jetzt das hier verpasse. Ah. Mono V3, FIFA King. Scheiße, du bist gut, Alter. Du bist sehr gut. Mann, oh Mann. Ach, herrlich, Mann. Endlich mal wieder Black Ops zocken, Alter. Gleich noch mit meinem PSN-Freunden. Niederlage, jetzt ist es zerstört. 0 zu 1. Aber Leute, der Sieg ist nicht immer alles. Der Sieg ist nicht immer alles. Bis dahin sage ich Tschau, Leute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder in zwei Tagen. Und, ähm, mit einem neuen Upload. Und vielen Dank für die Treue. Ich danke euch. Ihr seid geil. Super. Schaut doch bei anderen YouTubern vorbei. Danke. Tschau. Gell? Und immer Maultasche esse. G sjung.